In diesem Video möchte ich Ihnen die intelligente Suchfunktion vom neuen Entertank TV zeigen. Die Suchfunktion finden Sie hier auf der Fernbedienung auf der Taste Suche. Ich bin jetzt hier schon einmal reingegangen und habe jetzt meinen Suchbegriff eingeben. Besonderheit der intelligenten Suche ist, dass einfach alle Inhalte durchsucht werden, egal ob Live-TV oder Online-Videothek oder YouTube. Alles, was irgendwo Inhalte hat, wird hier mit durchsucht. Das heißt, ich habe jetzt hier mal eine Grace gesucht und dann zeigt er mir hier, es gibt bei On-Demand, also bei irgendeiner Online-Videothek, gibt es zum Beispiel hier die Staffel 12. Oder es gibt jetzt hier auch ein Live-TV, was ich an dem TV-Symbol hier vorne erkenne. Läuft auf 6 aktuell, die Staffel 9. Kann hier also auch reingehen. Und er zeigt mir hier die Folgen an, die laufen. Ihr könnt jetzt hier direkt auch eine Aufnahme programmieren. Gehe jetzt wieder zurück. Wir können jetzt hier schauen, Staffel 12, die aktuelle, was interessiert mich da. Oder was kostet das Ganze, wenn ich das On-Demand mache. Dann geht er jetzt hier in die Folgen, sagt mir, ich kann mir die gesamte Staffel kaufen für 28 Euro bei Videoload. Oder wenn ich Max-Dom-Kunde bin und ein Abo habe, dann kann ich hier direkt in Max-Dom reingehen. Und springe dann auch direkt in die Staffel 12. Also einfach, der Suchbegriff wird einfach verwendet, um alle Inhalte zu durchsuchen. Und das Ganze funktioniert hier auch. Und kann jetzt hier direkt dann starten mit Folge 1 der Staffel 12 ansehen. Ich kann auch noch mal eine weitere Suche zeigen. Gehe wieder zurück auf die Suchfunktion. Verlasse dazu Max-Dom. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Film Avatar sehen will. Man sieht ja schon hier, habe ich zwei Buchstaben angegeben. Und die Suche hat schon die ersten Ergebnisse. First Avenger oder Avatar hier unten. Und dann sehe ich hier, dass ich mir den entweder im Einzelabruf mieten kann oder ich ihn mir kaufen kann. Ich kann das Ganze auch filtern über die Optionstaste der Fernbedienung. Kann ich auch sagen, gezielt. Ich möchte nach Anbieter oder nach Preis. Oder nach Inhaltstyp oder nach Alterskennzeichnung suchen. Also zum Beispiel zeige ich mir alle Sendungen, die im TV laufen, die mit A und V beginnen. Wenn ich den Filter verlasse, dann bin ich halt hier auf den anderen Sendungen. Nützliche Funktionen bei Entertain TV, wie gesagt, die intelligente Suche für Ihren Media Receiver.